Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Tages 298 der russischen Invasion der Ukraine. Bachmut bleibt weiterhin schwer umkämpft. Im Süden der Stadt versuchen die Russen, weitere Geländegewinne zu erzwingen. So behaupten sie, gestern den Kanal überquert zu haben und nach Westen vorgedrungen zu sein. Geolokalisiertes Bildmaterial zeigt, dass die russischen Streitkräfte in der Tat westlich von Osarinivka minimalen Fortschritt gemacht und einige Schützengräben unter ihre Kontrolle gebracht haben. Wenn wir näher heranzoomen, erkennen wir, dass es zwei Stellen gibt, an welchen man den Kanal problemlos überqueren kann. Laut der Meldung haben die Russen dieses Dreieck unter ihre Kontrolle gebracht. Außerdem haben sie Voraussetzungen für Offensiven in Richtung Bilahora geschaffen. Dennoch kam es heute zu einem ukrainischen Gegenangriff, welcher die Russen angeblich auf die andere Seite des Kanals geworfen hat. Das russische Verteidigungsministerium stellte lediglich fest, dass die Angriffe südlich von Bachmut zurückgeschlagen wurden. Aber selbst russische Quellen behaupten etwas anderes. Etwas weiter nördlich starteten die Russen einen größeren Angriff auf Klitschivka. Dazu griffen sie gleichzeitig nördlich und südlich der Siedlung an. Laut einigen unbestätigten Berichten ist es den Russen nicht gelungen, die Bahnlinie zu überqueren. Russische Quellen behaupten, dass es den Russen gelungen ist, sich im Norden festzusetzen und die Kontrolle über einen Bahnhof zu erlangen. Beim Heranzoomen erkennen wir, dass der Bahnhof aus einem einzigen Gebäude auf der anderen Seite der Schienen besteht. Ukrainische und russische Quellen widersprechen sich in diesem Fall also nicht. Es ist gut möglich, dass die Russen nördlich der Siedlung präsent sind. Der taktische Vorteil durch Kontrolle dieses einzelnen Gebäudes ist allerdings zweifelhaft. Die Einnahme eines Bahnhofs in einer großen Stadt ist ein bedeutender Sieg, weil die Bahnhöfe dort groß sind und gute Deckung bieten. Die Einnahme eines winzigen Bahnhofes in der Nähe eines kleinen Dorfes bringt mehr nach als Vorteile. Währenddessen ist es um Upitne ruhiger geworden. Der Hauptgrund dafür ist laut einem ukrainischen Freiwilligen, dass die Streitkräfte der Gruppe Wagner viele Truppen verloren haben und dringend neue Truppen benötigen. Um das Dorf wurde schon sehr lange heftig gekämpft. Um bis zum Jahresende so viel wie möglich zu kontrollieren, haben Wagner-Kräfte ohne Rücksicht auf Verluste angegriffen. Viele Einheiten haben dadurch erheblich an Kampffähigkeit verloren und sind gezwungen, weitere Operationen auf Eis zu legen, um zumindest ihre derzeitigen Positionen zu halten. So werden die Wagner-Kräfte jetzt durch Truppen der russischen Streitkräfte wie zum Beispiel Marineinfanterie oder durch Wagner-Kämpfer aus anderen Regionen verstärkt. In Upitne ist es den Russen jüngsten Berichten zufolge immer noch nicht gelungen, die Kirche zu passieren. Was bedeutet, dass die Ukrainer ihre Stellung noch fest im Griff haben. Im südöstlichen Teil der Stadt konnten die Russen, nachdem sie erfolgreich die Kontrolle über die örtliche Mülldeponie erlangt hatten, ihre Offensive nicht weiter ausbauen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn wenn die Russen nach Westen vorrücken, stoßen sie auf den Fluss. Wenn sie nach Nordwesten vorrücken, stoßen sie auf ein schlammiges Gebiet, in dem sich ein kleiner Teich befindet. Die Russen können also nur nach Norden vordringen, aber das ist äußerst schwierig, weil es sehr viel Zeit kostet, Stellung unter Kreuzfeuer zu errichten. Letztes Mal habe ich darüber berichtet, wie die Russen den Teich überquert und Kontrolle über diese Häuserblocks errungen hatten. Seitdem gibt es keine weiteren Updates, sodass selbst das Institute for the Study of War zu dem Schluss kam, dass die Russen wahrscheinlich keine Präsenz auf dieser Seite des Teiches mehr haben. Dies steht im Einklang mit anderen Entwicklungen in diesem Teil der Region. So haben die Russen, berichten zufolge, den Kampf um das Weingut und die Sinjad-Fabrik verloren und mussten sich zurückziehen. Die der Stadt am nächsten gelegenen russischen Stellung befinden sich daher in der Nähe dieses isolierten Lagerhauses im Süden des Industriegebiets. Zwölf Kilometer nördlich von Bachmut konnten die Russen die Kontrolle über Jakovlivka erlangen. Dieses Dorf ist ein integraler Bestandteil der ukrainischen Verteidigungslinie, das als einziges auf den dortigen Anhöhen liegt. Dadurch können die Russen Solida nun aus einer vorteilhaften Position heraus angreifen. Seit dem Sommer ist es den Russen allerdings nicht gelungen, auch nur einen Zentimeter auf Solida vorzurücken, sodass der Fall von Jakovlivka nicht von allzu großer Bedeutung sein muss. So geben selbst russische Analysten zu, dass Solida nicht leicht zu knacken ist. Die Stadt ist eine Festung, bestehend aus mehreren Schichten kleiner Verteidigungslinien. Außerdem befindet sich dahinter eine Reihe an Fabriken und Wohngebieten, von welchen man das Umland kontrollieren und Angriffe abfangen kann. In vielerlei Hinsicht ist Solida der Schlüssel zu Bachmut. Solange Solida steht, haben die Russen praktisch keine Chance, Bachmut einzukesseln und die Ukrainer zum Kapitulieren zu zwingen. Vielen Dank fürs Zuschauen meines Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.